Wir sind das Ayo Security Team und Ayo steht für All-in-One Security und unser Projekt ermöglicht, einfacher eine sichere Internetverbindung herzustellen. Die meisten von uns, wenn nicht sogar gar alle, besitzen ein WLAN-fähiges Gerät, zum Beispiel ein Smartphone, Tablet oder Notebook. Häufig wird an beliebten Standorten, zum Beispiel Hotels oder Cafés, ein frei verfügbares WLAN-Netzwerk angeboten. Der Nachteil daran ist, dass wirklich jeder dieses WLAN-Netzwerk benutzen kann, weil es meistens offen ist. Problematisch dabei ist, dass Menschen mit krimineller Energie dementsprechend z.B. über das Netzwerk Online-Banking machen möchte, die Online-Banking-Daten auslesen können. Und wir probieren das zu verändern und erklären Ihnen im Folgenden unseren Lösungsansatz. Genau, dazu haben wir hier ein Raspberry Pi 3 genommen und der baut eben einen Assess-Point auf mit einem verschlüsselten WLAN. Das ist der Raspberry Pi 3 und der baut hier eine verschlüsselte WLAN-Verbindung auf zum Benutzer. Und dann laufen auf einem Raspberry Pi verschiedene Dienste und dann tut halt letztendlich der Raspberry Pi die Pakete weiterleiten und dann über das LAN zum Router und von da aus ins Internet. Und das Ganze ist dann relativ, also eigentlich schon anonym. Und das hat auch den Vorteil, dass dann die Dienste nur auf dem Raspberry Pi benötigt werden und man sie nicht erst installieren oder konfigurieren muss. Also das Ganze funktioniert so, man meldet sich erstmal in diesem Netzwerk an, einfach verbinden mit dem WLAN und natürlich das Passwort eingeben und dann bekommt dann so ein sogenanntes IO Security Setup Portal. Das kann man sich so vorstellen wie bei einem Hotspot, diese Captive Portals. Und da kann man dann zwischen drei Optionen auswählen beziehungsweise mehrere Optionen anwählen und die werden dann über eine Datenbank mit der MAC-Adresse verknüpft. Aber wenn es jemand was nicht sagt, ist es jetzt nicht so wichtig. Das muss man nicht ganz verstehen. Also mal zur genaueren Erklärung. Wir haben diese drei Optionen. Einmal, dass man seinen gesamten Traffic, also seine Daten über Tor, also ein Anonymisierungsnetzwerk schickt und die sind dann auch immer verschlüsselt. Das hat den Vorteil, dass die nicht abgefangen werden können. Man kann natürlich auch unverschlüsselte Verbindungen, wie zum Beispiel jetzt nicht HTTPS gesicherte Verbindungen, einfach blockieren. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn man eine Verbindung hat, die standardmäßig nicht verschlüsselt werden kann, dass man die dann nicht aufbauen kann. Und letztendlich gibt es dann auch noch, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt, einen sogenannten Adblocker, mit dem man Werbung blockieren kann. An sich das Tolle daran ist, man nimmt seinen Pi, stellt ihn in sein Hotelzimmer und verbindet sich damit und die Leute von außen können dann nicht auf das interne Netzwerk, sondern theoretisch nur auf den Pi, der aber sehr gut abgesichert ist, zugreifen. Und so hat man schon durch den Pi nochmal so eine Art Firewall oder NAT. Okay, also diese Leistungen bewirken, dass erstens Malware auf ihren Geräten nicht die Verschlüsselung beeinträchtigen kann. Zweitens, der Standort für die besuchten Webseiten nicht sichtbar ist. Drittens, Internetanbieter und kriminelle weder besuchte Webseiten noch Passwörter protokollieren können. Viertens, unverschlüsselte und teilweise verschlüsselte Verbindungen nicht manipulierbar sind. Und letztens, dass nervige, aufdringliche Werbung blockiert wird. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.